Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinen Herzen die Liebe aufgegangen. Herzlich Willkommen zu den Kleinkummerfeld der Kuhstallkonzerten 2018. Es erwarten Sie vier Konzerte, einmal über Pfingsten am 18. und 19. Mai und am 10. und 24. Juni. Ein gemischtes Programm für jeden etwas dabei.